Mal zeigen. Ja, das erste Kopf. So, willkommen jetzt aber wirklich zu einer neuen Folge Pokemon Go am Super Sea Day Wochenende. Heute ist Samstag, das mit den Freundschaftsaufstiegen wollte ich ja in einem extra Video machen. Das habt ihr, glaube ich, gestern gesehen, wenn ich das richtig schneide und time. Jetzt ist es schon 10 nach 11 gleich. Wir stehen jetzt alle hier unter, wie ihr seht. Hier, es regnet dämmig. Richtig bestes Wetter auf jeden Fall. Die Annega hat auch gleich schon das erste Shiny bekommen. Shiny Bummels war das, glaube ich. Ja. Und der Flo gleich hinterher auch. Shiny Bummels, wie ihr seht. Er versucht das immer noch zu fangen. 693. Wir laufen dann natürlich auch gleich los. Wir laufen gleich weiter. Wir sind gespannt, was es heute alles gibt. Ich hoffe auf, ja auf was hoffe ich denn? Kanimani. Da brauche ich nämlich noch einen Hunderter. Da will ich noch ein paar Shinies haben. Finde ist wohl, der freut sich bestimmt, wenn ich dem noch ein paar abdrücke. Und der kann bestimmt heute auch wieder nicht spielen. Ich will mal gucken. Vielleicht machen wir morgen auch ein Video. Selbst wenn nicht genau. Da Kanimani am Start. Richtig genial. Das ist natürlich im Januar gewesen 2019. Gucken wir mal, wie es heute läuft. Eigentlich wollte ich gar kein Video machen, weil das kennt man ja alles. Aber mit der Gruppe rumlaufen ist doch so schön. Bei dem schönen Wetter, da muss man ja natürlich Video machen. Vielleicht mache ich morgen auch einen, selbst wenn ich dann ganz alleine bin. Mal gucken. Je nachdem, wie es läuft. Einfach so aus Spaß, aus Gauri. Wenn es morgen schneit, gibt es Video. Wenn es regnet, gibt es ein halbes Video. Und ansonsten bei Sonne gibt es nichts. Da bin ich dann im Pool. Wir laufen gleich weiter. Gucken mal, wer das nächste Shiny bekommt. Und meine Freundschaftsaufstiege muss ich eigentlich noch machen. Aber die habt ihr ja gestern schon gesehen. Aber der Fischi freut sich auf jeden Fall mega über ein normales Gäckerbohr. Warum auch immer. Was wir noch anmerken wollen, es gibt ja heute eine neue Spezialforschung. Was mir eben eingefallen ist, als ich mein erstes Pokémon gefangen habe und das dazu gezählt hat. Der Doktor möchte sich nämlich bei euch bedanken für das Jahr 2019. Deswegen gibt es die Spezialforschung FIRE 2019, wo ihr dreimal 19 Pokémon fangen müsst. Jeweils 2019 Erfahrungspunkte bekommt. Und dann als Belohnung einen Einhaltsstein, was richtig cool ist. Neun Sonderbonbons. Da hätten sie natürlich 2019 Sonderbonbons euch schenken können. Das wäre richtig genial. Und 20 Hyperbälle. Aber unten, es ergibt ja 2019. Deswegen ist das ja egal. Da ergibt ja unten 20, 1, 9. Also das ist ja dann 2019, was da steht. Hätten sie Sonderbonbons 20 gemacht. Einen Hyperball und neun Einhaltssteine. Einhaltssteine, dann wäre es auch 2019. Wir laufen jetzt noch ein bisschen rum. Gucken mal, wer das erste Schein jetzt bekommt. In der Folge war jetzt. Ne, wir haben ja vorhin schon zwei gefilmt. Egal, alles durcheinander heute. Aber wir machen das schon. Der Regen passt auch. Regen ist immer gut. Wenn der Baum nach vorne wächst. Habt ihr auch noch so einen Baum stehen bei euch auf dem Haag? Schreibt es mal in die Kommentare. Scheinequiegel, das zweite. Das zweite Scheinequiegel. Hast du das andere noch gefangen vorhin? Ja. Super. Hat sich nämlich die App aufgehangen. Das habt ihr aber im Freundesaufstieg-Video vielleicht gesehen, wenn ihr gestern eingeschaltet habt. Der Ball ist dann rumgeflogen. Da ging nichts mehr. Hat er noch bekommen? Hat jetzt das zweite. Wir laufen weiter. So, nur Stress und Chaos heute. Jetzt schnell heimgerannt. Ladenkabel, Powerbank von Flo geholt. Und auf dem Rückweg hierher das erste Scheini, Scheini Kanimani. Und das muss was heißen. Gestern noch ist wohl gesagt, Kanimani das einzige, was wichtig ist heute. Das einzige, was sinnvoll ist. Und was kriegt man als erstes Scheini? Scheini Kanimani. Das hat so eine Minz-Note. Es hat zu viel Pfeffi getrunken. So ist es ein bisschen grünlich geworden. Das fangen wir jetzt. Ziehen weiter. Müssen die Gruppe zusammensuchen. Oh, die haben sich schon wieder Eis geholt. Guck. Die haben zwar kein Eis, aber die kommen aus der Richtung. Vielleicht haben sie es schon gegessen. Und wo ist der Döner? Der frisst doch freilich Eis. Guck, der hat sich schon wieder Eis geholt. Ich hab's gewusst. Ich dachte, es ist nur ein Spaß. Aber gut, erstes Scheini im Sack. Wir ziehen weiter. Boom. Der nächste, der dazu gestoßen ist, der Tobi ist nämlich erschienen. Wie auch immer, der stand plötzlich hinter uns. Und das nächste, Scheini eingesackt. Wieder ein grünes. Erst das grüne Kanimani, jetzt das grüne Kindwurm. Fängt auch mit K an. Lauter grüne Kays. Hass geht ab. Das fangen wir jetzt auch. Achso, wir haben das vorhin live gefangen. Ich muss das doch immer reinschneiden, damit ich einen Übergang hab. Und würdet ihr euch auch Eis holen bei dem Wetter? Schreibt es in die Kommentare. Der Verrückte. Wahrscheinlich tut er sich dem Nähe... Dann nachher holt er sich einen Döner in der zweiten Runde, glaube ich dran. Also, so seh ich aus. So was der ist, so seh ich aus. Und der, ne? Das sieht man ihm gar nicht an, was der alles wegspeist. 939. Das fangen wir jetzt. Jetzt sind wir am Strich. Und jetzt kann ich mich auch mal auf die Lokmodule konzentrieren. Und auf die Stops, damit ich endlich mal Platz im Beutel kriege. Also, da vorne höre ich schon wieder shiny Quiekel. Hier schon wieder shiny Kindwurm beim Floh. Zack. Guckt euch das an. Grün. Was auch grün war, worauf ich mich besonders freue, beziehungsweise stolz bin, ist das Raupi, was ich gerade gefangen habe. Das war zwar nicht shiny, aber Raupi ist einfach richtig genial. Müsst ihr mitnehmen. Immer Raupi. Hier im Kinderwagen haben sie schwarzes shiny Raupi. Das gibt es natürlich auch. Habt ihr auch schwarzes shiny Raupi dann? Bist ihr ja Bescheid. Also, wie ich sehe, es läuft relativ gut, würde ich mal sagen. Da vorne gab es schon wieder shiny Kindwurm zweimal. Der Sachse hat einen shiny Bummels gefangen. Annika noch mit einem shiny Quiekel. Also, man kann sich ja eigentlich aussuchen, wenn man noch ein Bestimmnis braucht, dass man nur diese antippt, diese speziell jagt. Oder wenn man Bonbons für ein Bestimmnis braucht, dass man da drauf geht, dass man da noch ein paar sammelt zum Entwickeln für die Seaday-Attacken und alles. Ich habe jetzt hier 18 von 19 gefangen für die Spezial-Quest und das nächste Pokémon, was jetzt hier vorne am Stopp auftaucht, den ich selbst geboostet habe, das fangen wir jetzt. Wir könnten ja hier das Shellast fangen, aber das ist mir zu schwierig zu fangen. Deswegen warte ich, ob jetzt hier was auftaucht. Hm, damit wir die Spezial-Quest fertig haben, schon wieder shiny Quiekel. Der hat bestimmt jetzt sein fünftes, sechstes shiny Quiekel und ganz passend Kindwurm. Finde ich sowieso gut, denn ich habe noch ein hundertprozentiges Lucky Kindwurm, was ich damals aus einem Glückstraight bekommen habe. Das würde ich noch entwickeln, das würde ich noch hochziehen. Da brauche ich also noch Bonbons. Also gehe ich heute auf Kindwurmjagd und auf Kanimani-Jagd, die zwei blauen, die dann grün werden. Das fangen wir jetzt als 19. Pokémon. Neben mir auch ein grünes Auto, wie man sieht. Und jetzt ist es abgehauen. Nein, es ist noch da. Wir nehmen mal den gelben Ball zur gelben Beere für das blaue Pokémon, was grün wird. Also alles sehr farbenfroh, wie ihr seht. Großartig. Jetzt müsste es aber drin sein. Dann können wir hier noch ein paar Stops boosten. Und dann geht es auch schon wieder ab in die Caritas Gas, wo wir sowieso immer die heftigste Ausbeute rausbekommen. Da freue ich mich schon besonders drauf. Das nehmen wir mit. Hier lösen wir mal kurz ein. 2019, 2019, 2019. Der Mann will da rein mit dem Auto. Hier nehmen wir noch einen Einhaltsstein mit. Nee, der will parken. Gut. Und neun Sonderbonbons. Alles gelöst. Richtig heftig. Hier ist noch ein Stop. Den können wir noch boosten. Da laufen wir noch hin. Und dann gehen wir zur Caritas Gas. Lass es lüchten, lass es lüchten. Das Sachse dreht komplett durch. Scheinlich sicherer über den ganzen Platz. Geblärdelt. Ob er es schon gefangen hat, wir wissen es nicht. Wir laufen mal in die Richtung. So. Gucken mal. Und da ist es doch drin, oder? Das kommt doch nicht mehr raus. Bam. Na, na, na. Sichlor. Ihr seht schon die gelbe Schrift. Richtig genial. Und boom, shiny Sichlor. Level ist okay. Könnte höher sein, aber erstmal haben. Glückwunsch. Habt ihr auch shiny Sichlor? Heute am Sichlor C-Day. Schreibt es in die Kommentare. Ich habe einen shiny Gacker bohr geklickert. Das habe ich eben schon gehört. Der Fischi hat einen shiny Gacker bohr geklickert. Wie man hier irgendwo sieht. Sieht aus wie ein Roselia von hier. Und vor allem denkt dran, dass ihr eure Lavita entwickelt, wenn ihr ein gutes, WP-starkes Lavita habt. Jetzt übertreibt das wieder. Jetzt reißt er wieder ab. Denkt auf jeden Fall dran, dass ihr dieses Wochenende eure Lavita entwickelt. Euer IV-höchstes meinetwegen. Oder euer Level-höchstes, WP-höchstes. Weil ihr jetzt wieder Katapult und Steinkante bekommen könnt. Was es eben zum richtig guten Gesteinsangreifer macht. Gibt es ja leider nur in Raids. Jetzt auch als shiny. Nicht wild. Aber wenn ihr trotzdem noch ein paar alte habt, entwickelt die mal durch. Ich habe glaube ich irgendeinen 100er. Ich habe noch kein einziges 100er Lavita entwickelt. Ich habe nur 98er hochgezogen. Aber das 100er, das eine, was ich habe, werde ich dann entwickeln. Und es zum Gesteins-Despot machen. Was mich sehr ärgert. Jetzt kam der Gurkensalat an. Und hat sein Geschenk geöffnet. Gurkensalat 1200. Es gab natürlich nur 50.000 Erfahrungspunkte. Da ich nur am Anfang die halbe Stunde das Glücksei drin hatte. Den Rest mache ich ohne, weil ich habe keins. Ich will erst bis Weihnachten warten, bevor ich wieder was auflade. Oder bis zum Weihnachtsevent. Generell. Schade, kam nicht mit rein. Aber ich denke, da kommt der andere auch noch. Und wird später auch noch öffnen. So um 13 Uhr oder so. Das sind trotzdem Erfahrungspunkte. Das nimmt man halt mit. Eben kam auch das erste Knacklion. Ich habe bisher noch keinen Knacklion gesehen. Und dann am Rewe ist eins aufgetaucht. Habe ich natürlich direkt sitzen lassen. Da ich heute irgendwie nur Kanimani und Kindwurm fange. Mehr interessiert mich eigentlich nicht. Und bei denen nehme ich eigentlich auch nur die Bonbons mit. Scheinies brauche ich eigentlich nicht. Für den Rest freut es mich natürlich. Die immer mal wieder was bekommen, was sie noch nicht hatten. Und was Neues bekommen. Oder ein zweites, drittes, viertes, fünftes. Uns geht ja um den Spaß. Dass man sich schön die Hände abfriert. Bei dem guten Wetter. Und das nächste Shiny am Start. Wieder mal ein grünes. Ich kriege nur grüne Shiny. Diesmal ein Gekka-Boar. Ist das überhaupt grün? Man weiß es nicht. Das schneide ich wieder hier rein. Auf jeden Fall lustige Truppe unterwegs. Die Straßen sind voll. Einige Meere auf den Bürger steigen. Die Leute drehen schon durch, wenn man unterwegs ist. Sie kommen nicht vorbei. Einfach nur. Ganz da. Okay, das war das Schlusswort. Wir melden uns beim nächsten wieder. Und das nächste Shiny. Wieder ein grünes. Wieder ein Kanimani. Richtig genial. Also ich drücke zwar trotzdem alle anderen an mittlerweile. Aber irgendwie wird nur das grüne Zeug Shiny. Der Rest nicht. Das fangen wir jetzt wieder. Laufen dann wieder durch. Gucken woanders lang. Durch die Caritasgase als nächstes. Da geht es sowieso immer am meisten ab. Obwohl wir vorhin leer ausgegangen sind. Aber der Schirm liegt ja noch da. Und eine Packung Toffifee ist dazugekommen. Die wollen bestimmt wieder einbiegen. Und keiner macht Platz. Alle rasten aus. Wir stehen immer noch hier. Wir haben uns noch keinen Millimeter bewegt. Und das nächste Shiny. Und wieder grün. Also. Obwohl das seht ihr natürlich. Die meisten Shiny sind einfach grün. Grün oder rosa. Gibt es ja nur zwei Farben. Es gibt ja kaum was anderes. Aber auf jeden Fall das nächste. Jetzt ein Shiny Quiegel mit 2, 5, 7. Nehmen wir auch mit. Green Day heute bei mir. Ramses beim Green Day. Das genial. Jetzt geht es aber in die Caritasgas. Und wenn da nicht mindestens einer ein Shiny kriegt. Dann verschicke ich mein Quiegel. Live per Video. So. Das tut mir aber leid. Jetzt sind wir in der Caritasgas. Und da Konstantin hat ein Shiny. Bummelt's. Das sehen wir hier. Wenn wir da mal über die Schulle gucken. Und ich wollte doch eigentlich mein Quiegel verschicken. Wenn keiner ein Shiny hier bekommt. Jetzt muss ich das Quiegel leider behalten. Wenn aber noch einer ein Shiny bekommt. Hier in der Gasse. Verschicke ich es trotzdem. Hey. Meine gegen Quiegel. Nein. Ich will dich tauschen. Ich will es verschicken. Gucken wir uns dann mal an in Ruhe. So. Ich habe es ja gesagt. Wenn auch jemand einen Shiny kriegt hier in der Caritasgas. Muss ich meinen Kindwurm. Meinen Quiegel trotzdem verschicken. Da der Kotbrot hat nämlich noch einen. Einen Kindwurm. Einen Kindwurm ist richtig genial. Deswegen schick mal jetzt mal das Quiegel. Kannst du doch eins wegschicken. Wir sind ja in Ehren. Schick ja noch eins weg. Wenn noch jemand eins hat, dann muss ich es ja wieder behalten. Das wechselt ja immer nach hier. Na dann. Ich habe gesagt, wenn einer eins hat, behalte ich es. Ach komm, wir schweißen es einfach weg. Da habt ihr das Quiegel. Guckt es euch nochmal an, wie es da rumliegt. Der kleine Sauhaufen. Hat eh keine guten IV. Können wir nehmen. Zack. Schicken. An den Professor. Tschüss. Tschüss. Ich bin ja immer in der Reihenfolge. Immer am Community Day. Also. Wir laufen aber weiter. Gucken nochmal, was noch so geht. Mal gucken, ob ich noch ein grünes bekomme. So. Jetzt stehen wir ein bisschen hier rum. Weil die wollen tauschen. Und wir wollen gucken nach Retz. Und da kommt das nächste Scheine. Wieder ein Grünes und wieder ein Kanimani. Nehmen wir natürlich mit. Denn ich sammle ja die ganze Zeit nur Bonbons bei Kindwurm und Kanimani. Und irgendwie wird auch nur Kanimani Scheine. Da wollte ich trotzdem alles andrücken, was da rum sitzt. Das nehmen wir noch mit. Grüße gehen raus. Dann ist wohl. Der freut sich natürlich, wenn er das Kanimani sieht. Sein Lieblings-Pokémon. Obwohl, der hat so viele Lieblings-Pokémon. Das kann man gar nicht mehr aufzählen. Schlurp zum Beispiel. Oder auch Felino. Morlord. Das nimmt kein Ende. Schneebedeck. Findet auch ultra heiß. Kommt ja beim Weihnachtsevent als Scheine. Da freuen wir uns auch besonders drauf. Wir fangen das aber. Haben noch knapp eine halbe Stunde Zeit. Und gucken mal. Da geht noch was. So. Der Felix hat gerade sein E-Mail-Passwort verraten. Bei 10 Likes auf das Video. Schreibt mal das mal in die Beschreibung rein. Da könnt ihr mal seinen Account auschecken. Und wir haben das nächste Scheine bekommen. Diesmal ein Scheine-Bummels. Und das kratzt sich am Kopf. 90 WP ist jetzt nicht die Wucht. Jetzt hat es aber gebimmelt. Jetzt ist es genau noch eine halbe Stunde. Ich habe vorhin zwar schon gesagt halbe Stunde, aber jetzt ist es genau noch eine halbe Stunde. Wir denken mal eine Runde wird noch durchgehen. Eine Runde werden wir noch schaffen. Vielleicht sehen wir den Markus auch nochmal aus dem Fenster hängen beim Caritas. Der ist irgendwie bei jedem Sea Day hängender beim Caritas aus dem Fenster. Ganz zufällig. Warum auch immer. Ich weiß nicht was der da macht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Wir laufen noch eine Runde und gucken mal was uns noch so geht. Jetzt sind alle verwirrt. Denn ein Duft liegt in der Luft. Es riecht immer zu nach Essen. Irgendwie so wie Röstzwiebeln. Und dann kommt das nächste Shiny direkt hinterher. Noch ein Shiny Kindwurm mit 833. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Also eigentlich genau die Sachen, die ich gerne mitnehme, werden Shiny. Und die anderen, die ich nicht brauche, die werden nicht Shiny. Obwohl gut, Bummels ist ja auch Shiny geworden. Aber egal. Gute WP meine ich. Volles Hermes Mann. Nicht erschrecken, sonst fällt Speckchen runter. Wir gucken mal was noch so geht. Eine Runde schaffen wir ja noch. Ne, eine. Ihr bleibt doch eh immer zu stehen. Und macht da aneinander rum und so. Deswegen sind wir langsamer als sonst. Philipp, komm. Boom. Lisa. Jetzt ist er wieder da. Ich soll den nicht aufnehmen, aber er stellt sich mitten hin und labert. Hallo Markus. Da hat er, guck mal, der Markus hat einen Finger. Habt ihr den schon gesehen? Markus, der gönnt sich jetzt erstmal sein Bierchen. Und wir haben das nächste Shiny gefunden. Das nächste Shiny Kani Mani. Ich hab's doch gewusst. Immer Kani Mani dabei. 567. Jetzt ist es 47. Noch eine Viertelstunde sozusagen. Wir melden uns, glaube ich, am Strich wieder. Ich glaube, auf der Zwischenzeit, auf der Fahrt, da hoch, wird nichts passieren. Und dann kommt natürlich noch die Auswertung. So, der Felix ist auch weg. Ich weiß nicht, ob der wiederkommt. Keine Ahnung. Nicht? Wir wollen auf jeden Fall gleich die Auswertung machen. Aber jetzt noch ein Shiny Kani Mani hinterher zum Abschluss. Drei Minuten vor Ende. Er hat gerade noch mit dem Shiny Gekka Bohr um die Ecke gekommen. Wir warten noch kurz. Die wollen den Rocket Stop noch machen. Da gibt es nämlich einen Lavitar aus dem Rocket Stop. Da vielleicht noch ein gutes Mitnehmen zum Entwickeln für Katapult, Steinkanne. Ihr wisst Bescheid. Wir fangen jetzt noch das Kani Mani, machen jetzt noch die Auswertung und dann endlich heim nach drei Stunden frieren, bangen und hoffen. Aber ich glaube, morgen, nein, morgen lege ich mich einfach in den Keller, in meinen Sarg und wusel vor mich hin. Aber morgen sich das nochmal antun. Da ist, glaube ich, die Luft raus. Wer noch Shinys braucht, kann das natürlich gerne machen. Wir gleich also die Auswertung. Wir warten jetzt noch auf die Lavitar Prügler. Und fragen mal, ob noch ein gutes dabei war. So, jetzt stehen wir also da, wollen die Auswertung machen. Wir gucken mal kurz. Der Sachse hat nämlich jetzt zwei Handys am Start. Also nicht wundern, wie viel haben wir denn heute bekommen? Was ist so die Ausbeute gewesen? Guten Tag, der Herr. Guten Tag, hallo. Ich habe acht auf meinem. Acht auf deinem. Dabei ist aber ein Sichlo dabei. Ein Sichlo, das ist doch das Beste wahrscheinlich von allen. Eine bunte Mischung. Da ist auch ein Eboli-Sauf von heute. Nein, nein, nein. Gut, vergesst das Eboli. Kein Eboli. Und auf dem Kleinen sind es sechs. Auf dem Kleinen sechs Stück. Wunderbar. Dann gehen wir mal zu dem Kleinen. Wir gucken gleich mal hier. Ich habe zwölf. Zwölf. Zwölf Stück. Das ist aber eine bunte Mischung. Aber hauptsächlich Quiekel, wie man sieht natürlich. Da ging es ja in eigener Tour immer zu. Quiekel hier. Quiekel da. Auch sehr schön natürlich. Dann haben wir hier ein iPhone. Ich habe noch Bummels und Kindwurm. Bummels und Kindwurm. Guckt euch das Krabbi da unten an. Richtig genial. Leider nicht von heute. Aber außerdem da ist doch ein Flemmli dabei. Und da oben auch noch. Also Bummels, Kindwurm, Flemmli. Jetzt gehen wir mal zum Fotogel-Pullover. Zum Meister persönlich. Der hat ja schon seit heute früh gespielt. Der hat ja schon den ganzen Tag rumgerannt. Der rennt nachher auch noch zehn Stunden rum. Und wir haben wie viel insgesamt jetzt? 22. Es hat wo angefangen? Hier. Von ganz oben bis zum Smogon. Das habe ich gestern Abend kurz vor Mitternacht gefangen. Also Quiekel, Gekkerbord, Kindwurm, Bummels, Flemli. Alles dabei. Kann ich mal nicht. Wieder Gekkerbord, Kindwurm, Bummels. Alles mögliche. Viel Grün, wie man sieht. Jan war hier auch noch am Start. Hab ich auch getauscht. Ist getauscht. Da ist er ehrlich. Da macht er nix. Die anderen sind leider jetzt alle nicht mehr da. Die Pokémon-Sambas hat es gesagt. Wir gucken mal hier bei mir. Boah. Das sieht alles einheitlich aus. Sind neun Stücke geworden insgesamt. Ihr seht. Kanimani, Kindwurm, Gekkerbord. Kanimani, Kanimani. Bummels. Der tanzt nämlich aus der Reihe. Und dann Kindwurm, Kanimani. Kanimani. Also wie ihr seht, Kanimani hat eindeutig gewonnen. Da freut sich der Ismo. Kanimani auch richtig cool ist. Da muss ich unbedingt noch einen Hunderter entwickeln. Und einen Hunderter pushen. Einen Hunderter hochziehen. Kindwurm. Auch natürlich das Hunderter. Lucky entwickeln. Hochziehen. Pushen. Alles mögliche. Aber wir machen auf jeden Fall noch den Raid. Hab ich gehört. Hier geht nämlich in 25 Minuten der Fünfer Raid auf. An der Sonnenuhr. Den würden wir noch mitnehmen. Den mache ich aber nicht auf Kamera. Und ja, das war's für heute. Wie war euer Sea Day? Wie viele Pokémon, wie viele Shinies, beziehungsweise ja genau, wie viele Shinies habt ihr gefangen? Habt ihr einfach alles angeklickt? Oder habt ihr einfach wild gefangen? Hattet ihr bestimmte, die ihr unbedingt wolltet? Auf die ihr ausgegangen seid? Oder habt ihr nur Bonbons gefahren? Schreibt mal rein, was ihr so bekommen habt. Wie ihr den Sea Day fandet. Und auch die Boni drumherum. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses.